Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Gestern Abend ist die Bombe ja geplatzt. Max Eberl steht wohl vor einem Abschied von Borussia Mönchengladbach. Und damit ist natürlich auch klar, beginnt die Suche nach einem Nachfolger, auch wenn die ganze Geschichte noch lange nicht offiziell ist. Und deswegen werden nur noch mal die ersten Namen in den Ring geworfen. Unter anderem berichtet Sky, dass Ruven Schröder ein Kandidat ist bei Borussia Mönchengladbach. Denn Sky will wohl erfahren haben, dass die Verantwortlichen von der Borussia bereits Kontakt zu Schröder, sprich unserem Sportdirektor, aufgenommen haben. Und was auch noch mal natürlich vollkommen dafür spricht, Sky berichtet, dass auch Schalkes Ruven Schröder ein Kandidat sei, der nämlich mit Eberl gut befreundet ist und schon mal Thema als Teil von dessen Team in den Gladbachern war. Das ist also die Berichterstattung, warum und vielleicht Ruven Schröder ein Kandidat ist bei Borussia Mönchengladbach. Also wenn es nur auf der Freundschaft zu Eberl beruht, dann ist es natürlich schwierig, weil ich meine, dass Eberl aufhören würde und Schröder ihn beerben könnte. Also, kurz zu diesem Gerücht, dass es aufgeploppt ist. Natürlich ist es alles noch extrem spekulativ, was überhaupt passiert mit Eberl, mit den Nachfolgern, wie man es macht. Aber generell muss man hier, glaube ich, mal sagen, Ruven Schröder zu Gladbach halte ich für extrem unrealistisch. Erst einmal, die Argumente von Sky sind erstmal kommender Blödsinn. Er ist vielleicht mit Eberl befreundet, das kann sicherlich gut sein. Und ja, er war auch mal Thema bei Gladbach, eben als sozusagen Sportdirektor unter Max Eberl. Das war mal eine Option, ist aber, glaube ich, auch schon über einem Jahr her. Sozusagen genauso wie er auf Schalke unter Peter Knebel arbeitet. Jetzt geht es aber auch um eine ganz andere Personalie, Ruven Schröder wäre der Boss. Sicherlich nochmal etwas attraktiver, aber dann kannst du ihm auch die Freundschaft zu Eberl streichen, das wäre dann kein Argument. Und ich lege meine Hand ins Feuer, dass Ruven Schröder nicht während der Saison zu Gladbach wechseln würde. Und ich glaube auch nicht daran, dass er nach einem Jahr das Projekt Schalke schon wieder freiwillig aufgeben würde. Erst einmal wäre es extrem schade, ich glaube aber auch einfach nicht dran. Also lasst euch nicht verrückt machen, von solchen Berichterstattungen bezüglich einer Freundschaft von Eberl und Schröder wird er deswegen in den Ring geworfen. Schröder zu Gladbach, vielleicht kann man den Namen mal nennen bei der Borussia, sollte es um eine Nachfolgesuche gehen. Aber wirklich konkret sehe ich da überhaupt nichts. Eure Meinung zu Ruven Schröder zu Gladbach, gerne mal in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf, Anna Le Schalker. Euer命